Und dann in anderthalb Minuten kann ich Gruppe 2 trainieren. Und dann in anderthalb Minuten kann ich das machen. Und dann in anderthalb Minuten kann ich das machen. Und dann in anderthalb Minuten kann ich das machen. Und dann in anderthalb Minuten kann ich das machen. Und dann in anderthalb Minuten kann ich das machen. Und dann in anderthalb Minuten kann ich das machen. Und dann in anderthalb Minuten kann ich das machen. Und dann in anderthalb Minuten kann ich das machen. So, ich fahre rückwärts und rückwärts schneller. So, ja. Ich fähre hier bei so einer guten Sache, wenn wir gerade hier die Luftfunktion einstellen, dann kompliziert und erhofft gerade. Also habe ich schon meine rechte Autos und die Punkte mit. Also wenn ihr reichte Haul in den Zimmer da reichen habt, dann war wieder richtig gut alles. Und hier ist ja ein schneller umzustelliger Not. Aber ich weiß nicht, dass es geht. Und dann habe ich zwei ausgeschnitten. Eben habe ich zentrumiert. Hier soll man nicht hinstehen. Das ist der Rächer. Das ist der Rächer-Verbüste. Aber ich finde, ich finde, es wäre gar nicht so, dass wir den Rächer-Verbüste haben. Der Rächer-Verbüste. Aber wenn eben ein anderes Verbüste ist, den hat mit einem zum Wiederteilen verbindet. Wenn ich andere abgehört, gehe ich auch wieder mit. Dann habe ich den Befänger zuerst eingestellt. Das ist das Auto. Er ist dann im Sender. Dann hat er bis zu den vielen Armer, Steck. Und habe ich mir immer Probleme mit dem Auto gehört. Und manchmal hat er eigentlich nur den Schmarrer. Ja, das ist so. Da läuft der Bach noch. Das ist so. 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 Aber ich kann das nicht sagen. Das ist so. Das ist so. Gut, bei einem neuen Fahrzeug nach zwei Minuten. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Die Spanne ist hier, ich habe das mal beim Rennen probiert, das habe ich abgebaut, das war so ein Scheißer. Das ist ein kleines Fahrrad, der nicht so schnell wie manchen kann. Aber man macht sich selbst den Kopf, man macht sich selbst den Ton, aber man sieht, wenn man den Fernsehen so durch die Potschieb, da fährt man stark. Das ist immer so, dass ich überall.' Untertitelung im Auftrag des ZDF Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. 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 daこれ. das war's. das war's. das war's. das war's. das war's. Ja, mach doch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Beide dicht beieinander, dann macht man keinen Fehler. In manchen Passagen ist der Jörn schneller. Tom hat sich verabschiedet, hat einen kleinen Fehler eingebaut und dadurch ein paar Zehntel verloren. Hier, der Max Kaiser kriegt Druck vom Ronny Hase, da fährt Ronny einfach schneller in der Passage und dann konnte es sich immer Max absetzen, jetzt ist er an der Position, wo er überholen kann. Er versucht zu sagen, uuuuh, unfair, und da der Alexander vorbei. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. An der Spitze weiterhin der Ben in Führung vom Jörn. Jetzt hat sich der Ronny hier verabschiedet und der Alexander. Und hier Blick auf den Führenden und den Zweitplatzierenden, der Ben, der Jörn. Ben kann sich nicht wirklich absetzen, der Jörn ist immer noch dran. Er wartet natürlich und hofft natürlich auf einen Fehler. So, der Jörn ist dran, aber das reicht ihm noch nicht. Er muss ja auch vorbeifahren, aber erstmal noch näher ran fahren, weil noch reicht es ja nicht mal anzugreifen. Das sind zwar bloß ein paar Zehntel, aber er ist noch nicht in der Position, um da einen Angriff zu wagen. Er kann bloß weiterhin den Druck aufrechterhalten, damit der Ben sich nicht ausruhen kann. So, wen haben wir hier? Immer noch da. Ronny Hase kämpft mit dem Max Kaiser um Platz vier. Hier die zwei. Sehr interessantes Duell zwischen den beiden. Abstand ziemlich gering hier. Da ist Max in der Position, überholen zu können. An der Spitze weiterhin der Ben. Max mit dem Fehler verliert er wieder ein paar Zehntel. Hier ist der Führende. Oh, da, Führungswechsel. Dicker Führungswechsel jetzt. Und da kommt der Ben in Schwierigkeiten, der jetzt den TomTom hinter sich hat. Noch ein Fehler. Und TomTom wittert seine Chance auf zwei vorzufahren. Jetzt ist die Frage, schafft es Ben nochmal nach 1 Richtung Sieg zu greifen? Oder ist Jörn jetzt einfach weg? Kann er ihn auch unter Druck setzen in der verbleibenden Zeit? Gute Frage. Wir werden es hier auf der Strecke sehen. Ben versucht hier jetzt alles eng fahren. Nehmt Tomo gleichzeitig mit, der nicht locker lässt. Aber Jörn an der Spitze, der vor ihm fährt, der macht auch aktuell keinen Fehler. Fährt auch schnell Rundenzeiten. Und ja, der Abstand wird jetzt nicht merklich kürzer. Und um Haaresbreite hat Jörn den Lauf gewonnen von Ben. Toller Kampf. Jörn hat gewonnen. Erste Finale FED. prendreche. Weiter. Hier. Der Max. Der Ronny. Der Luis. Andreas. Jörn, YouTuber. Ja, Jörn. Jetzt gehen die Fahrzeuge erstmal in die technische Abnahme. Und, klar, die anderen müssen natürlich auf Helferposten gehen. Und, klar, die anderen müssen, klar, die anderen müssen, klar. So, Startausstellung ist erfolgt. Ja, geht los. Erstes A-Finale Turnwagen, 17,5 Turn, Thomas Pannwitz, Ben Gerhardt, Noah und der Axel. Oh, Noah verliert gleich einen Platz und der Axel ist vorbei. An der Spitze tun sich gleich mal Thomas Pannwitz und der Ben betteln. Sieht man hier. Oh, der Ben versucht es, aber klopft mal hinten unhöflich an. Na, alle noch so dicht beieinander. Hier so ein kleines Pärchen bildet sich hier und hier. Der Axel wieder einen Platz verloren. Mal sehen, ob sich der Thomas hier absetzen kann. Im Moment, so sukzessive, wird es ganz leicht größer, die Lücke. Wenn, der tut jetzt auch sein Floh finden oder seine Linie finden und scheint etwas reinzufahren an den Thomas. Ja, kommt ein Tick dran. Überrundung ist jetzt hier gerade gewesen. Und jetzt ist Ben schon viel näher gekommen. Na, jetzt mal sehen, was passiert. Hat jetzt Thomas einfach länger gemacht. Also ein bisschen Slowdown gemacht oder ist er schon am Limit? Ah, Ben. Na, lässt sich nicht. Lässt sich nicht abredeln hier. Und ist gerade Matthias Behrendt, der ja, oh, Ben kommt immer näher. Jetzt vielleicht mit der besseren Linie, mit mehr Schwung, aber hat er es nicht geschafft. Auf jeden Fall ein toller Kampf hier um den Sieg hier im ersten Finale. Wieder überrundung. Schöner Zweikampf immer noch hier. Thomas Pandels gegen Ben. Beide fahren einen, ups, x-ray, kein, nein, sie fahren keinen, ups, sie fahren einen x-ray, beide. Und jetzt? Versucht das außen? Ja, das reicht aber nicht. Ja, liefern sich einen schönen, oh, da, ja, komm, haben wir beide gut durch. Liefern sich einen schönen Zweikampf. Oh, Ben jetzt einen kleinen Fehler gehabt. Wo ist eigentlich Noah? Noah ist da im Bild. Aber er ist sicher auf seinem dritten Platz. Alles richtig gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Er hat ja nicht extra noch umgebaut, sein Fahrzeug. Und wir gehen aber jetzt mal auf die Spitze wieder. Da wird es immer enger. Also Ben ist immer noch dran. Und Thomas versucht natürlich, seine Platzierung ausgepufft, wie er ist. zu verteidigen. Aber Thomas, der lässt aber auch keine Chance. Der lässt dem Ben keine Chance zu überholen. So eng wie es ist, aber es reicht noch nicht. Und? War das jetzt die Finalrunde hier? Und? Ah, war das nochmal knapp gewesen. Hier, Thomas Pannwitz, Ben Gerhardt, Noah. So, Thomas und Ben hier im Bild. War zumindest ein schöner Kampf gewesen hier. Da unten Ben. Und Thomas dahinter. Hier, die zwei. Thomas hat hier im Lauf gewonnen. So, jetzt kommen die schnellen 1 zu 12. Da drüber, da ist Nico Großheim und Mirko Morgenstern auf Platz 1 und 2. Hier geht es auch noch um die Gesamtwertung. Also hier führt zwar Nico die... Nico die Gesamtwertung an, aber Mirko könnte mit einem Sieg vielleicht sogar noch was gegenhalten. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Na, wenn du dir die Haare schneiden würdest, würden die was sehen. Ja, wenn du dir die Haare schneiden würdest, würden die was sehen. Ja, wenn du dir die Haare schneiden würdest, würden die was sehen. Du bist so lustig, erst soll der noch gucken und dann soll er arbeiten, ne? Ja, ja, ja. So, erstes A-Finale, Formel 1 hier im Bild. 1, 2, 1, 8, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 29, 30, 29, 30, 30, 30. Er muss jetzt hinten erstmal, ja, jetzt hat er sich auch eingegroovt, hat auch funktioniert, an der Spitze Mirko Mohnstern vom Niko Großheim. Die beiden ja auch noch um den Gesamtsieg feiten. Zurzeit ist ja der Niko vorne in der Gesamtwertung, Mirko auf zwei. Auf der Strecke sieht es aktuell anders aus, genau andersrum. Der Mirko auf eins, Niko Großheim auf zwei. Und jetzt, oh, hat er es versucht, aber hat vielleicht Mirko zu sehr quer gestanden in der Kurve, aber hat sehr fair gewartet. Also Niko scheint das Tick schnellere Auto zu haben aktuell, muss aber auch vorbeikommen. Natürlich auch, die Strecken sind zwar alle knapp über zwei Meter breit, aber trotzdem ist rankommen und überholen immer eine andere Frage. Auch wenn die Fahrzeuge so klein sind, ist es nicht einfach. Da vernünftig Platz zu machen, Mirko mit dem Fehler und Niko durch. Der sagt, Dankeschön für den Fehler, war jetzt beim Überrunden nicht so optimal für Mirko gelaufen. Und dadurch der Niko Großheim jetzt in Führung. Oh, dicker, fetter Abflug. Und was ist jetzt passiert? Autoput? Alter Schalter, das ist, das war natürlich für Mirko jetzt eine Einladung. Aber dafür konnte ja Mirko nicht, dass der Niko da, oh, beim Überrunden. Aber Auto scheint heige zu sein. Zum Glück. Einfach mal durchatmen. Hier ist der Mirko Monkstern. Die kleinen Kisten jetzt hier, um den Kurs zu fahren, ist natürlich auch nicht einfach. Die reagieren ziemlich direkt und sind super schnell. Mirko hat jetzt hier, er erwischt eine gute Linie und hier, der Niko Großheim, nochmal einen dicken, fetten Abflug. Und, was passiert hier? Auto, er geht raus. Nein. Und, was ist das, der Olli Gericke auf einmal auf zwei? Hier, Olli Gericke auf einmal auf zwei. Was für ein Lauf. Na, jetzt kann man nur hoffen für ihn, dass er da fehlerfrei durchkommt. Oh, jetzt will er überholen. So, jetzt noch nicht nervös machen lassen. Also, Positionsteckse 031, 035, 035, 035, 035. Und, was ist das, der Olli Gericke auf der Olli Gericke? Ja, ja. Und, was ist das, der Olli Gericke? Ja, ja. Und, was ist das, der Olli Gericke? Oh, digga fetter Fehler. Dann gucken wir mal auf den Ollier hier. Der ist aktuell auf 3. Ja, dann den Fehler gemacht und da ist der Olli Gericke hier, der auf 2 fährt, hat jetzt den drittplatzierten überholt. So, wie sieht es hier aus? Nico Großheim ist ja rausgefallen, dann haben wir hier noch den Ron Sieber, Ron Sieber besser gesagt, der wird vom Morko Morgenstern jetzt über 100. Lass den jetzt vorbei. Man kann zwar jetzt nichts sagen, mach keinen Fehler mehr, weil bei der Klasse ist manchmal alles möglich, aber Morko hat hier eine super Linie und das läuft schon das ganze Wochenende sehr gut für ihn. Sollte jetzt kein Problem sein, noch den Lauf hier nach Hause zu fahren. So, warten wir mal auf den Olli. Olivier hier, der hat, oh, wollte ich gerade sagen, der hat doch den Ron gerade hinter sich. Gab es jetzt einen Wechsel? Ja, der Ron ist jetzt dritter und der Olivier ist vierter. Er hat sich echt da überholen lassen, einfach mal so. Machen wir dort den Olli, der Gerica auf zwei immer noch. Und da kommt der Mirko, der dem Oliver auch nochmal überholt. Damit müsste der jetzt, oh, ich weiß nicht, dritte oder vierte Runde überholen haben. Na, wir haben noch 25 Sekunden Fahrzeit. Na, das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Ich glaube, wenn Mirko jetzt aufhört, dann hat er immer noch gewonnen. Mit ja schon seinen Vorsprung ist er schon mehrere Runden hier in dem Finale. Schade, dass es für Nico nicht so optimal geklappt hat. So, damit ist hier der Lauf auch beendet. Ja, wie gesagt, schade für Nico, dass er ausgefallen ist. Aber er hat ja wirklich große Blinzen reingelegt, dass es am Ende nicht zum Laufsieg gereicht hat. Da ist der Mirko mit dem Olli im Bild. Cooles Auto. Da hinten muss ich wieder die Zeit nehmen. Musik Du bist so! Du bist so! Ich muss da hin! Ich muss da hin! Du bist die... Weiß ich! Fünf! Ich bin die drei! Jetzt geht nach Position! Ach so! Ich bin die drei! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. 9, 8, 7, 6, 5, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Einmal hier. Und zwar, Herr Krüger, Herr Hennig, gleich noch. So, ein 20er an der Hinderung, im Jungen-Bahn-Bahn-Bahn-Den-Andrea stellt kurz den Hafer ab. Auf zwei der unbedingten 0,5 Sekunden, 16, kurz den Haft, Niklas auf zwei, Lüge auf vier, Stefan auf fünf, Frank auf sechs, Klaus auf sieben, Christian auf acht. Die beiden Führenden kommen an, die beiden Führenden, jetzt noch der Kram, die beiden Führenden. Da haben wir jetzt noch einen Positionswechsel gehabt für eine Runde lang, da lag der Uwe vorne, vor der Hand her, sich der Position setze, Andreas vorne vor die Uwe. Ihr müsst euch beide nicht abgießen. Helfer, 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 ich bin hier. Helfer, 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 hel So. So. Knappchen durch. Einführung bezieht der Andrea Super. Umliegen in die Platz auf 3. Stefan auf 4. Mühe auf 5. Klaus auf 6. Frank auf 7. Stern auf 8. Der ist von der zweiten 0,9 Sekunden auseinander. So. 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 Neues auf 2, Neues auf 3, Stefan 4, Neues auf 6, Arm auf 7. So, das war's drüben. So, das war's drüben, dann kommt das rein. So, das ist ein Träster. So, das muss man noch kommen. So, das war's drüben. So, das war's drüben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hey up. So. Das war's für heute. Das war's. 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 Manometer. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Thomas wieder gut. Das war's. 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 zwertig. Their voixkon strings Stern in Führung. Bei dem Vorsprung sollte eigentlich nicht mehr passieren. Danach noch eine Runde und dann sollte das Rennen beendet sein. Jetzt muss er nur noch vorbeikommen. Dieser kann nämlich auch Zeit kosten. Final-Runde sollte das jetzt sein. Uh. Oh, gegen gefahren. Von wegs Attacke. Gegen die Bande, ja? Such dir deinen Gegner aus. Oh Gott. Wie, oh Gott. So, jetzt das Traction Derby. Teil 3. Wie, das... Welches Distraction Derby. Letzt, ich glaube nicht, Distraction Derby. Wieso? Habe ich einfach so gesagt. Na, hoffe ich doch nur. Eigentlich nur, so ungefähr. Also, du wirst jetzt gleich die großen Fahrtunste sehen. Kicken wir mal. Mhm. Wie schon? DM ist da dabei? Na, welcher? Äh, was ist denn da denn? Leipzig. Genau. Wann war denn die? Zehnter, aber das war Haftler. Kann ich dir gar nicht sagen. Also, wir fahren auf jeden Fall. Mein Beileid. Ja. Und ich hab den Auto, oder? Noch nicht. Hier. Ach so. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das war's für heute. Es ist eine Strecke, es ist nicht das Labyrinth fahren. So, der Fahrer fährt vom Rütter nach B-Finale frei. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. So, der Fahrer fährt vom Rütter nach B-Finale frei. So, der Fahrer fährt vom Rütter nach B-Finale frei. Vielen Dank. 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 1,4. 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 Axel Schubert Ich will die Führung übernommen, wie es aussieht. Ein turbulentes Rennen aktuell hier. So, hier ist der Der Tom Pujara ist hinter dem Grün, hinter dem Andreas Ahlsdorf hier. Die zwei kämpfen hier. Andreas Ahlsdorf, dicker Fehler, verliert er viel Zeit. Und da müsste das der Louis sein hier. Dann gucken wir hier mal uns an. Da ist der Roman Lorenz. Er fährt hier aktuell hinter dem Ronny Hase. Der Ronny Hase ist hier. Er hat ein bisschen Pech gehabt am Start. Da einige Plätze verloren. Also, der Ronny hier gar nicht so weit zurück. Der hat sogar nicht den Roman überholt. Er fährt hier mit dem aktuellen neuen ACR 1025. Hat ihn gerade neu zusammengebaut. Da ist er, der Axel. Hier im grün, 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 hinten blau. Das ist das Flugfahrzeug. Jetzt der Konzinsleife. Hier ist der Axel. Und dahinter ist der Tom Tom. Also gar nicht so weit weg. Das wird hier nochmal ein richtig heißer Fight werden hier um den Sieg im dritten Finale. Nein. Das gibt es da gar nicht. Das gibt es da gar nicht. Nicht da hinten gerade hier so aktuell. Und hier der Axel hat von dem Ganzen hier profitiert. Hat leider Tom leider Karosserie eingeklemmt gewesen. Ja, ärgerlich. So, gucken wir mal. Ja, Tom hat doch schon einige Plätze. Nicht verloren zumindest. Aber er ist etwas zurückgefallen. Dazwischen hier noch dieser Fahrer. Und dort ist... Au, da liegt er auf dem Dach. Und hat er... Ja, er hat den Platz noch verloren. Ich glaube an Ronny. Ronny Hasel müsste hier vor ihm jetzt fahren. Na, noch ein Fehler hier von Tom. Und? Wups. Oh, hier die zwei kommen auch nochmal ins Gehäcke. Und hier kommt auch nochmal. Und hier der Sieger. So, dann wird es der Lauf. Der Axel hat den Lauf gewonnen. Vor Rauken. Traum von Roman. Die haben mich überrundet. Und habe nämlich zu viel aufgemacht. Und am zweiten Letzten der Schlüssel auch noch verschenkt. Obwohl das gar keine überrundeten waren. Also überrundeten waren. Sorry, ja. Das war ja alles gut. Na, Glück, ey. Ja. Wenn es zum Tagessieger reicht hat, dann hast du... Dann bitte das Gespräch von vorhin revidieren, bitte. Bitte revidieren. Das ist das Problem, weil sie alle keine Luft gelassen haben, ja? Ich dachte, sauber. Nee, der versucht so zu viert in die Koberin zu prügeln. Na, was verliert... Da verlieren drei Autos. Ja. Nein, nein. Wir haben jetzt hier noch was. So, drittes A-Finale Fumel. Ben Gerhard von 1, Alexander Schmeißer von 2, Mirko Goronczek von 3, Andreas Pfaff von 4 und Eberhard Beck auf 5. So, vorneweg der Ben. Da hat der Alex Schmeißer einen kleinen Hänger gehabt. Ben hat jetzt schon Vorsprung rausgefahren. So, vorneweg der Ben. Na, Alexander Schmeißer auch jetzt schon sich absetzen können von Mirko hier. Das sollte natürlich nicht passieren. So, da haben wir jetzt den Führenden wieder im Bild. Ben Gerhard. Na, dann betrachten wir uns mal die anderen Fahrzeuge, die hier noch mitfahren. Wir haben hier den Andreas Pfaff. Wir haben hier die Fahrzeuge. Wo haben wir jetzt den anderen? Und da hinten, da ist der Eberhard mit seinem Classic Racer. Whoa, 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 whoa. Was da passiert? Und da ist der Führende. So, das dürfte der sichere Sieg für den Ben sein hier. Da sollte jetzt hier nichts mehr anbrennen. Alter, Ben, nochmal auf dem Dach hier. Mirko geht vorbei, aber er war ja schon eine Runde zurück. Damit hier auch das letzte vier Jahre Formel 1-Sitz beendet. Ben Gerhard, Alexander Schmeißer, Mirko Korunczyk. Yeah, Baby, du hast es noch im Griff. Noch? Noch. Mach nicht den Stefan Schulz, ne? Abflug. Ups. 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 Vielen Dank. So, Entscheidung fällt jetzt im letzten Finale FWD hier in der Klasse. Entweder Jörn, die schreien ja jetzt aber ganz schön rum, entweder Jörn oder Ben. Oder vielleicht TomTom noch, das wissen wir jetzt nicht genau, weil Jörn hat ja den ersten Lauf gewonnen. So, drittes A-Finale jetzt hier. Alexander Peter, Ronny Hase, Ben Gerhard, Max Kaiser, Tom Bujara sieht man etwas nicht und dahinter der Jörn Lehmann. Lassen wir uns überraschen. So, Jörn hat erstmal eine schöne Pirouette hingelegt, läuft aber bei ihm. Ihnen hat es ein bisschen gekrächt. Tom hat ein paar Plätze verloren, fast noch letzter, doch fällt auf den letzten Platz zurück. Ja, war jetzt nicht sein Traumstart gewesen. Dafür umso besser ist der Max Kaiser, der jetzt auf drei liegt. Der hat aber den Ronny Hase hinter sich. Das wird sicher noch interessant werden. Hier an der Spitze der Ben Gerhard. Aber hier gleich der Max Kaiser mit dem Ronny Hase dahinter. Die betteln sich heute schon den ganzen Tag. Und Ronny fast vorbei gegangen. Jetzt sind sie beide sehr fair. An der Spitze ist es auch sehr eng. Die zwei kommen auch immer aneinander. Und jetzt alle vier dicht beieinander. Oh, der Alexander. Oh, der erwischt den Tom. Max fast vorbei wieder. Und davon hat der Ronny Hase profitiert. Hier hinten hat es den, da unten sieht man es noch im Bild, den Jörn Lehmann erwischt. Aber das war eigener Fehler. Verliert viel Zeit. Der Tom Bujara, hier im Bild. Müsste auf vier sein. Hat vor sich den Ronny Hase und hinter sich den Alexander Peter und den Max Kaiser. So, gucken wir uns mal hier den Führenden an. Also, wenn Ben jetzt gewinnt, dann geht der Tagessieger an Ben. Wenn der Jörn noch gewinnt, gewinnen sollte, dann an Jörn. Aber, ah, es ist noch ein bisschen hin. Ja, noch ein bisschen Laufzeit. Dann geht der Ben gut an Max vorbei. Hier haben wir den Jörn. Auf zwei liegt. So, hier haben wir den Trittplatz hier in den Ronny Hase. Hat einen kleinen Feder eingebaut. Und dahinter ist nämlich der Tom. Oh, wem steht hier den Tom dahinter? Wer will es ohne wissen? Überholt. Da ist er. Tom. Durch den Fehler von Ronny vorbeigegangen. Und müsste jetzt auf drei sein. So muss ich keinen Fehler machen. Ja, der Alexander Peter. Und dort ist der Ronny Hase. Aber jetzt ist auch der Lauf hier beendet. Und wie ihr auch seht, hier im Ben. Hier. Und hier den Laufsieg für sich verbuchen. Jetzt ist derPod Römer in der Milwaukee. Ich bin nicht einfach mit der Entenschuldung. Ja, sehr gut. Du! Haft! Ja! Ja! Vielen Dank. 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 ... 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 Vielen Dank. 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 Auf... ... 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